Warnung! Bonkers Videos enthalten Bilder und Aussagen, die manche Zuschauer als verleidigend empfinden. Wenn du sensibel bei solchen Inhalten bist, schau dir dieses Video nicht an. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren tollen Ausgabe von WebTrash. Heute mit dem großartigen Thema... Frisuren-Fails! Ja, deswegen ohne weitere Umschweife. Fang mal an, wa? Yo! Also bei einer Zombie-Apokalypse hast du mit der Frisur mega verschissen. Kennst du das beim Friseur, wenn dich der Friseur fragt, so nach einem Schnitt, willst du noch Gel reinhaben, soll ich das machen? Oder hast du eine Mütze auf oder machst du es zu Hause? Bei dem stelle ich mir so vor, dass sie gefertigt hat. Und soll ich den Mettägel direkt mit Zwiebeln garnieren oder machst du es zu Hause? Okay, KFC-Frisur. Ich glaube, der ist einfach zum Friseur gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne einen schicken Haarschnitt. Ja, und gerade wenn man sich fragt, was Coolio-Wüse treibt, ja, er macht was Neues. Es ist eine lebende Spermozote. Immer gern gesehen im Knast, der Strapsen-Look. Nach langen Jahren ist es raus, eHonda wollte immer so aussehen wie Guile von Street Fighter. Oh nein, Mr. Fokusuda ist in der Autopresse gefallen. Ping-Pong! Sirgoni Viva meets Bob Ross. Krustys Tochter. Ein junger, digger Asiater mit einer komischen Frisur. Voll überraschend. Ja, aber mit der Matte kriegt er wenigstens keinen Sonnenbohr auf der Speckrolle. Hey, nein, 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 natürlich ist das kein Problem, dass du den College-Fonds deiner Kinder geplündert hast, um dir einen extravaganten Haarschnitt machen zu lassen. Hashtag Dad of the Year. Ich weiß genau, was passiert ist. Der ist zum Friseur gegangen und hat gesagt, mach zackig. Noch so ein digger, junger Asiater mit einer komischen Frisur. Komisch kenne ich nicht, wer ist das? Der Ping-Pong-Weltmeister? Ist das der Mathe-König? Komisch, die Formen kommen mir bekannt vor. Oh, ich hab mal sowas ähnliches bei Marius im Badezimmer gefunden. Warst du einen schwarzen Junge? Der wohnt da. Tingeltangel Jadon Smith. Ja, hallo, ich hätte gern ein kleines Fötzchen im Nacken. Feucht triefend, wenn's gäbe. Ähm, ist das nicht diese Hausrenovierung-Tussi da aus dem Fernsehen? Nikotine-Wittler? Ach, der Malbaroman hat doch noch Kinder gezeugt. Das freut mich immer. Das ist einfach grandios und potthässlich gleichzeitig. So wie du, Felix. Wie war nochmal die Bedeutung von einem Spinnennetz auf dem Körper? Vor allem im Knast. Ach so. In Amerika. Ich mach's weiter. Oh, mein Spinnensinn sagt mir, dass es sich in einem Volltrott landet. Ist dir auch gefallen, dass es einfach nur eine Miniatur einer Mädchenfrisur auf seiner Stirn ist? Das ist einfach so ein süßes Mädchen mit Zöpfchen auf seiner Stirn. Sieht doch nett aus. Ich glaub nicht, dass er von der Polizei gesucht wird. Ich glaub nicht, dass er schon mal jemanden abgestochen hat und illegal im Land ist. Also jetzt der rechte. Oh Gott, oh nein! Hilf mir Jesus! Äh, ich meine Jesus. Ah, das war damals NSYNC auf der Jung-Jung-Tour. Ja, falls ihr noch niemals in Holland wart, so laufen da alle rum. Genau so. So Kind, heute geht man zum Friseur und morgen wirst du verprügelt in der Schule. Ist das nicht das Logo von 1998? Wenn ihr in den Augen guckt, wird die Anfangsmelodie. Die sieht ein bisschen abgehoben aus, find ich. Na, meine Kleine, wie heißt du denn? Hubschrauberbel! Ach, das ist ja der Bruder von Dirk. Dwayne. Nowitzki. Es tut mir vor Leid für Fuquan. Hat schon wieder einen Rekord bekommen von der Friseuse. Ist das nicht dieser schwarze Zwillingsbruder von diesem Harald? Houston-Gröckler? Nein, Prince hat sich einfach nur ziemlich gehen lassen in letzter Zeit. Prince hat einen unter anderem der Hefefabrik. Na nu, wie kommt denn dein Abschlussbild hier rein? Also wir trägen sowas heute noch. So einen Rollkragenpullover. Eine Holli. Ein Rolli. Ja, Entschuldigung, ich würde gerne aussehen wie ein verbranntes Hotdog mit Senf. Was für eine Ressur ich will. Wie auch so wie meine Unterhose. Brauner und gelber Streifen. Endlich. Creeper Darkbox hat eine neue Brise. Wie darf ich denn schneiden? Werden Sie es denn gern? Ohrenfrei. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an Marius sein Abi-Ballfoto. Spaß. Marius hat noch kein Abi. Das ist die Rechte. Mit dieser Frisuma werden meine Klassenkameraden endlich aufhören mich zu mobben. Ich bin individuell und obwohl ich 16 bin, schon total reif und erwachsen. Die anderen verstehen mich nicht, nur weil ich mit Bäumen rede, also dass ich nicht komisch bin oder schwule. Du hast da was? Ja, kaum hatte Brittany auf seiner Flöte geblasen, kamen auch schon von überall her die Ratten. Man glaubt ja gar nicht, was so ein Friseurbesuch für einen Rattenschwanz nach sich sehen kann. Weißt du, was deine Lieblingsmöbel sind aus solchen Materialien? Aus Rattan. Ist das nicht dieser Typ aus der Nachbarschaft Radical? Ist das nicht dieser berühmte italienische Schmock-Opernsänger Pavaratti? Was wollen wir mal abends essen, wie ein bisschen Ratatouille? Die Friseur ist auch Käse. Kein Wunder, bei so einem Specknacken. Ja, lass mich raten. Mein Käse natürlich in der Ratenzahlung. Was schminkt er sich ab mit einem Ratte-Pet? Geil! Mama, Mama, ich würde gern zum Friseur. Die Kinder in der Schule haben nicht mehr genug Gründe, mich zu verkloppen. Ja, das war damals die Punk-Phase vom Grinch. Nein, Quatsch. Das kommt mir aus Freunden. Das ist nicht Cem Özdemir? Achso, von den Grünen. Das kommt mir aus Hübsche Schwester. Ja, Schatz, ich bin gleich fertig. Ich muss mir kurz hier stehen kämpfen. So wir können. Nur gut frisierte Dschihadisten kommen in den Nebel. Bring mir Solo. So, das war es mit Webtrash diese Woche. Freunde, Felix, wenn ihr Bock habt, die Folge von letzter Woche zu sehen, komische Familienfotos, noch komischer als unsere privaten, dann klickt einfach hier und zieht es euch nochmal rein. Genau, und wenn ihr Lust habt, euch noch weitere tolle Sprüche von Marius und von mir reinzuziehen, dann könnt ihr das hier tun, indem ihr nämlich auf diesen Abonnier-Button klickt. Und das solltet ihr auch tun. Und deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.